Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es wieder mal ums Testen und wir fangen heute an mit den verschiedenen Arten von Tests. Also ich weiß, wir haben letztes Mal schon haufenweise Kategorien gehabt und hier und Cell und jenes, aber es gibt sogenannte Überdeckungen und die sind ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt hier in unserem kleinen, sehr, sehr kleinen Beispiel, wirklich haben wir zwei Variablen. Das heißt, wir haben hier einmal IF A, das heißt A ist ein Boolean und B ist auch ein Boolean. Es gibt nur diese zwei Variablen. Hier alles andere ist was völlig separates und ja, jetzt muss man hier unterscheiden. Natürlich, wenn A wahr ist, dann gehen wir in den Zweig und ihr wisst, glaube ich, wie IFs funktionieren. Also im Endeffekt haben wir hier vier mögliche Variablenbelegungen, nämlich A auf True oder False und dann je nachdem nochmal B auf True oder False. Also A True, B True, A False, B True und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Okay, so was jetzt hier passiert ist folgendes und zwar kann man jetzt unterscheiden in drei verschiedene Kategorien und zwar einmal die Anweisungsüberdeckung. Bei der Anweisungsüberdeckung geht es nur darum, dass wirklich jeder Teil einmal ausgeführt wird, also jede Anweisung tatsächlich einmal ausgeführt wird. IF ist keine Anweisung, sondern alles hier, was wirklich ein Semikolon, in dem Fall hinten dran hat, ist eine Anweisung. Das heißt auch irgendwie Variablen erhöhen oder sowas, ist eine Anweisung. Und jede Anweisung muss einmal mindestens ausgeführt worden sein, das ist die Anweisungsüberdeckung. Dann habt ihr da 100% Anweisungsüberdeckung. Das sollte recht einfach zu schaffen sein, denn in unserem Fall, gut, ich weiß, das ist ein sehr simples Beispiel, da kann man einfach sagen, okay, wir haben zwei Tests, man kann ja mehr als einen Test schreiben, man kann zwei Tests schreiben und hat hier einmal, okay, A auf True, dann kriegen wir automatisch DoStuff1 und dann müssen wir B halt auf False setzen, denn hier drin ist ja keine Anweisung, das heißt, die ist uns völlig egal. Das bedeutet, wir haben hier A auf True und B auf False, also sind wir automatisch hier. So, ja, was das bedeutet ist im Endeffekt, wir brauchen A True, B False und hier unten, damit wir DoStuff3 ausbekommen, brauchen wir den zweiten Test, der uns dann A auf False setzt, B ist uns dann eigentlich egal. So, und das heißt, wir haben mit zwei Tests eigentlich unsere Anweisungsüberdeckung fertig und haben alles ausprobiert, was wir müssen. Das heißt, wir haben zwei Unit-Tests, um Anweisungsüberdeckung 100% abzudecken. So, jetzt gibt es allerdings noch die Zweigüberdeckung und Zweige sind ein bisschen was anderes, denn auch hier dieser IfB-Zweig, der eigentlich leer ist, ist ein Zweig. Das heißt, wir brauchen hier drei Tests, logischerweise. Einmal eben, damit wir überhaupt hier reinkommen und hier drin muss dann nochmal unterschieden werden, ob wir eben IfB auf True setzen oder ob wir in den Else-Zweig gehen, weil, wie gesagt, IfB ist trotzdem ein Zweig, da ist völlig egal, was da drin steht. Also in dem Fall einfach nichts drin steht. Ja, das heißt, wir brauchen hier drei Tests, weil wir jeden Zweig wirklich überprüfen müssen. Das heißt, bei der Anweisungsüberdeckung ist es wichtig, dass wir hier jede Anweisung mal ausgeführt haben und bei der Zweigüberdeckung ist wichtig, dass wir jeden Zweig ausgeführt haben. So, und jetzt gibt es allerdings noch die sogenannte Pfadüberdeckung. Die unterscheidet sich erstmal, denkt man zumindest, nicht unbedingt von der Zweigüberdeckung, aber ist nochmal, schon nochmal ein Stückchen anders. Vor allem für dieses Beispiel hier. Und zwar, wenn wir hier nämlich eine While-Schleife haben, also die da oben im Endeffekt ist es wie bei der Zweigüberdeckung, da hat sich eigentlich nichts geändert. Aber wenn wir hier eine While-Schleife haben und dieses I, sagen wir jetzt mal, ist Parameter, das heißt von irgendeiner Funktion zum Beispiel, dann haben wir hier sehr, sehr viele verschiedene Pfade, aber eigentlich ja nur ein Zweig. Aber was sehr, sehr wichtig ist, ist, bei der Pfadüberdeckung muss man einen Test haben, erstens mal für den Fall, dass I gleich 0 ist, für den Fall, dass I gleich 1 ist, für den Fall, dass I und so weiter und so fort, bis für den Fall, dass I gleich 10 ist und dann eigentlich auch noch für die Fälle, dass I negativ ist und für die Fälle, dass I deutlich größer ist. Das heißt, man hat hier eine Unmenge an Pfaden im Endeffekt, weil jedes Pfad, also jedes Mal die Pfadüberdeckung, bedeutet eigentlich jeden möglichen Pfad durchzuführen. Man muss natürlich auch noch testen, wenn I gleich Null ist zum Beispiel, wenn jetzt hier kein primitiver Datentyp steht und so weiter und so fort. Also alle möglichen Is, alle möglichen Parameter müssen hier überprüft werden, um wirklich jeden Pfad abzudecken. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, sage ich jetzt mal. Nächstes Mal schauen wir uns an, wie man damit weitermachen kann, also wie man auch einen Graphen dafür erstellt und wie man dann sagen kann, okay, ich habe eigentlich eine ganz gute Abdeckung und klar, dass man nicht alles schafft, ist schon ganz klar, aber man sollte auf jeden Fall im Grenzbereich immer schön testen. Das heißt, wenn man jetzt hier I zum Beispiel auf 10 setzt, muss man testen, ob das korrekt ist, dass da I kleiner als 10 steht oder ob da eigentlich ein kleiner gleich sein müsste. Man muss auch für die negativen Beispiele immer testen. Man sollte immer Richtung Overflow, also ganz große Is oder ganz, ganz kleine Is testen und man sollte immer ungültige Werte testen. Das heißt zum Beispiel I auf Null setzen, was in dem Fall jetzt natürlich Schwachsinn wäre, aber immer auf ungültige Werte, sobald man es irgendwie kann. Okay, das war es von meiner Seite erstmal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.